das es war weiter ausgesangt nein das ist etwas wie das ist ach das ist er weiß ich das hat das hat bald ist irgendwie zu ihm passt so kommt ein komisch typischer die antworten die wir an sie müssen die er zu mir glaub ich dir alle musik warte das ist der vierte part was brauchen wir zu holen was bringt ihr den großen pilz denn jetzt bei diesem level von mir wenn es über das mit großen marien wegtreten kann und es ist ja der masterplan oder was wenn wir kommen oder wenn man sich auf das nicht weiter aber probieren kommt die mann an schluss im baust der nützen auch so einfach so benutzen und die man wegtreten das muss sein das kurz ist noch nie es ist der vierte part wenn ihr jetzt weitermachen sind wir mit zwei welten fertig und haben schon fast alles gesammelt das ist schon ja für es kommt noch die schwierigsten das sagt man das ist schon was gutes es gibt welche die wir müssen gleich mal nachkommen okay wie viele die viele das schon dieses spiel das bett haben ich mache ich habe doch ein dumm fehler wo noch diese vier regnen zu rost da oben war das ändert mich richtig danach man sieht leute wir wurden mit waffen wir sind mit machen aufgewachsen immer so das ist ja nicht irgendwo ganz links oder so ich bin auch links ich mag es nicht aber den film habe ich einfach so angeguckt ja das habe ich auch schon gedacht das war irgendwie unlogisch einfach das zu machen so erfüllt uns einfach zum buster weg wirklich hast du mal muss ganz oben bleiben ja das wird uns wirklich so die erste mal sollte also kannst du es lassen oder warum nein wie lassen die ich habe die schnelle idee ich stehe mal vor, die Tür ist jetzt verriegelt nie mehr Halt ok, glaube ich dir so, 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 so und da bist du's aber das Teil muss erst mal weg oh, wie haben wir das, oh, das ist die zweite Münze du ist die erste was ist das? was ist das? keine Ahnung die Wirklichkeit bewirrt mich ich weiß auch, ich glaube ich auch ja, wirst du noch aufspringen? warte ah, ah das wird uns zur dritten komm, komm, kann ich gar nicht willst du wirklich diese nützen? ja komm, das muss so ein bisschen erniedrigen warte, was? die ganze Zeit da auch bis es geht jetzt dreht ihn weg wow ey, das war so, 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 so ey, das war so, so, so ja, das muss sein, man muss den bisschen erniedrigen hast du einen Titel benutzen? hm? super Mario was soll ich benutzen? also benutzer keine Titel, ne, leider überschrift kannst du das sagen ich kann ja ok, er hat ja nicht mit Hintern verdammt, hätte ich doch schon mal kein gesetz ok, da müsst ihr uns merken, da müsst ihr zwei Münzen holen macht das ok, warte eben, müsst ihr, wir wollen dann sagen, wir haben und dann warte etwa dann wegen ich für diesen Fangzeug bekomme dann auch leer noch ab können wir erst noch diesen Level machen oder noch? in einem Bonus-Partner müssen ja sowieso ganzen Level dann machen man kann ja alles googeln zum Glück hat das hier einer gemacht, da kann man es alles machen hier, wie kann man viel Glück haben ist ja klar, dass es da war nein, kannst du nicht mit dem ziehen oder so? ich ziehe schon ein Leben für alles warte mal, ich kann mich an sowas erinnern hier war, da war es richtig tricky, die sind in die ganzen Münzen zu finden da muss ach, ok, ok, ich weiß, ich weiß, warte ich weiß, die Stelle hier ich habe ihm schon verpasst die war oben glaube ich nicht mit Feuer, mit Feuer bekämpfen ich habe nicht mit Feuer, ich verstehe ich habe mich auch ich habe mir kann ich es nicht töten doch das ist der große 1 von hier kommt man an den neuen man sieht man sieht die lieber muss die man sie ja schon die pfeilung man besser freundin das sie geht darunter die muss die sand und muss der sand darunter muss er weiter 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 muss weiter das war eine münze ich muss doch ich muss doch hier haben wir was machen das ist dämlich ich sag mal die münze ist da unten oder die anschließend ich habe an derzeit geht es nicht so sagen jetzt ist es dämlich du machst so dumme fehler wir feiern mich noch mal noch mal drei münzen auch so neue sie alle jetzt war so stumpf aber einfach doch er war so schlecht dass er wieder gut noch mal dieses level sagt ja mindestens 2 ist nicht schwer zu mich richtig schwersten man kann nie wissen welches von denen ein ding ist da da bewegt euch auf verdammte scheiße und glaube ich muss ich habe jetzt ich habe jetzt die drei gesichter sehen wie die aussehen oder gar keine gesichtige das ist gut wo kann die zweite nutze sein wenn man es gerade so bedenkt ich glaube ich weiß wo die sein könnte einfach weiter mann scheiß auf dein freund da verratet ich guck er will dich töten das ist nicht pyro wer ist dann das ist feuer achso der sagt pyro hab ich ja nicht pyro hab ich doch gesagt oh Kinderliebe hä pyro ist kein kinder er ist erwachsen er ist mein kumpel er ist ein kumpel man sieht der kumpel ist er aber der muss sich hoch weißt du ich weiß ich bin nicht dem dich blume warte 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 jetzt kannst du blume ich weiß du bist noch dein pyro ist ja oh ja komm her komm her komm her wir sind direkt da aber nur für ein bisschen komm wieder nein du musst die mittleren treppen nicht sein arsch du kannst da hoch ja natürlich jetzt auch nochmal komm die regel gibt es noch du musst mindestens nur zwei finden komm mindestens zwei den zweiten hast du ja schon indirekt komm mal lass es einfach ey komm mal die die wollen nicht lass es einfach lass es einfach ich kann es später machen bei einem bonuspot bist du lompfer ja ich weiß nicht weiß wie du dich fühlst wohl der mit dem zweiten das war eher aus ob du mit ihm spielen würdest ich weiß ich weiß ich habe mir echt gedacht warum bist du hochgesprungen in diesem Moment hier sind auch deine komischen Kumpels hier sind auch deine komischen Kumpels das sind eh meine Kumpels aha kann ich ihn steuern wenn du glaube ich ihn in die Richtung zeigst hier da hin guck da hin da geht er ja das heißt springen bin ich geht doch jetzt kann ich wohin nach oben nach oben jetzt da her jetzt hast du die dritte Münze die zweite willst du irgendwann mal später wenn es soweit ist Leute wenn es soweit ist das ist einer da kurz dein Versuch das war knapp man ich weiß nicht wann er springt ja ich spring einfach über ihn was ist das Problem ich verstehe es nicht guck so habe ich davon versucht er ist doch auch in dem Moment gesprungen guck mal wenn sie mich verarschen merke ich das kann ja wenn sie dich verarschen ich bin ich bin wo er gesprungen ist deshalb könnte ich mich über ihn weil er auch eine Luft war jetzt das war jetzt bezogen auf Cooper Coopers wenn ihr dich versuchen zu verarschen doch so dass man es damit Leben holen komm wir haben 20 Stück die müssen noch ein bisschen spendabel sein okay wir haben noch 16 komm wir schauen noch den Boss hier in diesen Part wir sind in der dritten Welt was? das ist doch Here I go Here we go guck jetzt guck jetzt mein Glück bitte 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 also erstmal erstmal hier dann hier dann hier und dann hier ja okay das ist nur 2 ich habe auch ich habe auch da vor einem Bühne bekommen das ist ja kein großer Unterschied ne das klingt so richtig also ein und ich habe einen mehr ne ja ich hab so richtig rechts 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 soll ich nicht mehr zu okay holen riesen wir sind noch mal in der niederigen die ist alles stoppt du bist einfach hochgesprungen da ist der Tod ich weiß warte ich hole einen davon du kannst nicht sprechen das weißt du du musst das Level zu Ende machen ich kann auch sie gerade rausgehen ja aber du hast das nicht dann das Item was du kommst nein egal jetzt kannst du durch jetzt kannst du durchrennen jetzt rennen durch ich habe einfach mal stecken geblieben ich habe jetzt einfach ab nein brauchst du euch zu klein nicht spielen ja sonst du bist dann wieder klein das bringt dir nichts sicher ganz sicher ich war doch so groß mach mach lass los mach mach du warst nicht so groß du bist klein sicher du bist klein gehen wir einfach mal zum Boss die voller weiter 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 da vorletzte Stage zum Boss ich sag dich klein sing doch mal gleich sag ich doch yeah ich kenne mich damit aus ich kenne mich damit aus Abitur ich habe das Spiel schon gespielt ich kenne mich da nicht aus ich habe es früher aber groß hast du ja früher noch ich glaube diesen Fehler haben sie weg gemacht also ich weiß das ist etwas so easy für die spieler dann das weiß ich ich kann mich auch wie das weiß ich nicht auch noch doch 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 ich kann mich erinnern was willst du machen du kannst schon mal einspringen wie so was habt ihr gesehen du guckst nicht mehr ich guck nicht auf den Display ich guck nicht auf den Display ich guck nicht zu 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 zeig dir ja erst mal ein bisschen ich habe ihn springen aber dann habe ich gesehen dass er da war dass er da das darf da ihn transportiert hallo reden doch meine zuschauer ihr seid ihm egal ihr seid so schnell kann es auch jetzt sein ich muss mich gerade konzentrieren deswegen ja ich meine so schnell kann es nicht sein trotzdem konzentrieren schadet ihr nicht ich habe den getötet ich bin dann geht es immer bei mir deswegen ich weiß Fingerfertigkeiten aus den Fingerfertigkeiten. Erzähl mal deine Fingerfertigkeiten. Hey, Fingerfertigkeiten. Hey, Fingerfertigkeiten. Lach nicht. Das kam so langsam. Was ist denn los? Der Stamm hat er gerade. Das war gekillt. Du siehst, ich hab alles geschafft. Überleg mal, was du vor 15 Sekunden gesagt hast. Spiel einfach. Leute, beurtet mich nicht. Ich bin jung und alt. Ich weiß. Ich weiß. Ich wollte jetzt sehen, wer den sonst gekapiert hat. Siehst, ich hab alles geschafft. Das war das Beste heute. Na, okay, das war der erste Unfall. Man kann da umstreiten. Guck, jetzt. Und der erste Mal sucht. Guck, ich hab dich nicht gut gemacht. Ich spieche ganz so, okay? Scheiße, Mann. Ich spieche ganz so. Ich hab einfach gefällt mir so. Ey, das kann ich nicht auf mich sitzen lassen. Das geht einfach nicht. Ey, wie geht das eigentlich? Anfang des Levels, ich bin durch den Arsch gestorben. Jetzt einfach mal wegen meiner Dummheit. Hallo? Danke, dass du Blumen. Na, ist die Grieche. Ich konnte dich da einfach sterben. Sie hatten die Anfänger nur mal einen Weg für mich machen können. Die sind wieder so ein bisschen Schwierigkeiten haben. Natürlich. Weil ich weiß, warum du gelaut hast. Du so extrem musstest du nicht lachen. So dumm hab ich mich jetzt auch nicht so angestellt da. Nein, da kommt gleich eine Pflanze. Das witzigst du dran warst, was du gesagt hast? Ich hab alles. Ich hab alles. Ich hab alles da gemacht. Also... Oh. Du bist dumm. Ich versteh dich. Ich bin Experte. Ich bin eher als Experte. Ich bin eher als Experte. Ich... Ja, ich kann mir auch mal... Nur wegen diesem Test... Ja, nein, nein. Was ist das? Test dich. Bist du als Experte? Was hast du mit Schergeld gemacht? Was? Mit Schergeld? Nein, ich hab das gemacht. Okay. Ich hab das heute mal so ein Video... Ich hab das heute mal so ein Video, dass man... Das hat mich einfach probiert. Ein Spaß. So ein Leut. Die können eigentlich... Zehn Stammchen sind. Du hast nie man da... Niemand kommt ins Zimmer. Ja, die haben das weint. Cool. ich kann verschieben nur zwei drei stunden es kann sein dass die reise liegen kann ja sein oder am meisten davon sind einkaufen oder ja ziel schon einkaufen groß einkaufen ist manche müssen groß einkaufen das ist noch was wird er sich nicht ja doch die weg die einfach weg bleibt dann an der seite das ist die größte schande meines lebens es trifft mich nicht ich darf jetzt nicht sterben ich darf jetzt nicht ich kann nichts dafür ist es halt passiert kommen den bus schaffen die noch in sie minuten allerdings muss es nicht mehr bis in den jahren muss aber schon wenn du bist dann noch ich habe die fliege das ist fliege du kannst du auch mit altertum Ja, ich hab die App und zwei gespielt. Ah! Ja, aber ein bisschen duken. Wacht! Und zu lala! Mitnimm! Ja, vor ihm soll ich ducken oder was? Ducken! Ducken! Ich weiß nicht. Ja, vor ihm hast du's grad getan, ne? Kannst du doch noch? Das kommt gleich zu dir hin? Nein, doch nicht! So, wir schafft. Wir fahren jetzt kurz raus, weil da oben gleich einer kommt. Ja, die Hälfte zumindest. Jetzt beginnen wir epische Momente. Wiese. Äh... Geht denn dein Gruß nicht mehr? Ja, das hab ich auch gerade so gedacht. Achso. Ja. Das ist ja leicht. Offensichtlich. Offensichtlich, Leute. Das war knapp. Ich weiß. Das war knapp. Motherfucker. Warte, warte. Ja. Aha, okay. Ja. Juhu! Du brauchst lechner Münzen, ne? Warte, achso. Du musst lechner. Was? Was? Nee. Jetzt. Ja. Hoffen, wie man ja will. Ich hoffe es wirklich. Zum Glück. Warum steht da einfach so? Wie es lieber nicht. Vielleicht kommt da gleich zum Crash. Achso. So. Es gibt einen Knopf hier. Aha. Und der führt mich zum Boss. Ding. Schnapp-Attacke, ne? Soll ich klicken? Na, die ich mache. Ich mache. Okay. Das muss gleich sein. Bisschen erniedrigen muss sein. Ich weiß. Ich klicken. Drück, drück ganze Zeit drauf. Ganz Zeit drauf. Was? Ganz Zeit drauf. Warte, warte, warte. Was kommt denn? Schnapp-Attacke. Kann ich dich? Ey, das ist einfach langweilig. Achso. Und wir haben den Boss. Oh Mann. Schnapp-Attacke, wer lustig ist. Kommt kein Bosser mehr als Ergebnis, ne? Ich dachte, das kommt immer. Nein, ich glaube, das ist jetzt so, dass... Ich glaube, das kommt als Bosser wieder. Und dann versiegt er wieder Lava. Und dann wird davon mal Wiesengruß. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich kann mich doch so an sowas erinnern. Aber wir werden auch jetzt im Part. Obwohl die Welt geil aussieht. Juh. Du weißt, es ist ein bisschen unter Wasser. Der will auch noch wissen. Ich sag ja ein bisschen. Und wir sehen uns am nächsten Part. Tschüss.